Ich komme zu dir ein bisschen. Hallo zusammen, schön euch wieder begrüßen zu dürfen, zumindest auf diesem Weg. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen motiviert und ein bisschen mit mir ein paar Übungen mit X-Kurs heute zu machen. X-Kurs, da haben wir diese kleine Grette, die wir schütteln dürfen. Wenn ihr sie nicht zu Hause habt, ist sie überhaupt kein Problem. Nehmt einfach so kleine Flaschen, zur Hälfte gefüllt, entweder mit Wasser oder mit Sand. Und so könnt ihr sie auch genauso schütteln wie ich, die X-Kurs hier. So, dann wollen wir mal beginnen. Wir marschieren erstmal kurz rechts mit Musik. Genau. Und ich nie nach oben ziehe. Hoch. Vier. Eins. Zwei. Und öffne die Beine. Gehe ein bisschen tiefer. 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 Arme mitnehmen. Und wieder schließe. Nochmal öffne. Vier. Drei. Zwei. Und schließe. Vier. Drei. Hoch. Step back. Arme mitnehmen. Jawohl. Und Augen schiebe. Die Arme mitnehmen. Die Arme mitnehmen. Und schiebe die Phase hinein. Hopp. Jo. Drei. Nählich. Und schiebe die Beine. Und ziehe. Hoch. 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 So. So. Bleib dabei. Ich mache die Musik weiter. Ja. Entschuldigung, die Anlage hat aufgehört. Okay. Okay. Gut. Und wir joggen. Jawohl. Mehr oben ziehen. Vier. Drei. Zwei. Okay. Bleib unten. So, dann wollen wir beginnen mit unserem X-Kurs. Einfach mal. Ich habe da ganz viele Schleifen. Aber ihr könnt auch die Flaschen festhalten. Wenn ihr schon einmal gehabt habt, nur mit Flaschen. Und bleibe unten. Halte fest dein X für deine Flaschen. Und schicke nach hinten. Stücken, beuge. Dahinten schütteln, ohne ab. Rücken, Leib, genau. Nur die Beine, beuge. Stücken, strecken. Hopp. 4, 3, 2, 3. Okay, ihr seht, jetzt auf die Seite. Genau die gleiche Beine. Hopp. Heute stecke ich das Verdeck an. Hopp. 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 4, 3, 3, 1. Moin 2. Und gleich in die Mitte kommen. Und eine Pause wieder hoch pumpen. Stücken, beuge. Super. 4, 3 und wir wechseln gleich auf die andere Seite. Und hoch. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, letzte, jawohl. Und abwechseln am Platz. Und tief, hoch, tief, hoch. Okay, nochmal die Musik, mach weiter bitte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, und zum Schluss. Wechseln die Beine mit, komm. Ho, ho. 4, 3, 2. Okay, Blöse, hoch, tief. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Nochmal. 3, 2, 3, 2, letztes Mal, jawohl. Meine Lieben, nur einen Exkurs oder zwei zusammen. Spanne Bauch, Spanne Gesetz. Und bewege dein Exkurs von Seite zu Seite. Wunderbar. Gut. Und wieder ein bisschen tiefer. Wir verlassen das Gewicht auf eine Seite. Schieben die Arme nach oben. Hinsen. 4, 3, 2, 2, okay. Unten. Hoch, tief. Städte Beugen. Nochmal. Lange Arme. oder hin, schiebe die ausgestreckten Arme mit Tempo hoch, hoch, hoch hoch noch mal hoch hoch jawohl letzte vier drei zwei super, okay bleib in der Mitte, noch mal schütteln Bauch, bleib angespannt und auch hier erlagere das Gewicht auf die andere Seite Arme nach oben noch hier auch da noch zwei langsam wie zum Oberkörper ziehe noch mal ausgestreckte Arme bleiben noch hier langsam drei zwei und meine Lieben mit Tempo hoch, hoch, hoch genau ziehe okay, letzte acht sieben sechs fünf vier drei zwei letzte noch mal noch mal Mitte lange Arme vor dem Körper drücken drücken bleibt gerade drücken ja rück rück das auch und schütze vorne den Körper die Arme nach oben und löse jawohl das sieht aus locken die Arme super super eine Ehmung haben wir noch hier stehen wir nehmen uns eine Hand drehen diese Richtung Oberkörper und den ho 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 du weißt was ja belast das Stammbein wenn du mit der Fie zum Oberkörper gehst folge deinen Arm entlang deines Beines am Oberschenkel vorbei dich mit der Oberschenkel in den Sonnen am Oberschenkel vorbei vier drei zwei los gehen hoch 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 jetzt haben wir ziemlich Tempo könnt ihr gerne langsamer machen oder auch schneller hoch acht sieben sechs fünf vier drei zwei und jetzt gleich die andere Seite kann man auch zwei Exkürze nehmen ja mit der Übung und bei Fnie beide Exkürze mit Oberschenkel vorbei hoch 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 und auch hier kannst du beide an einer Seite schieben aus den Seiten Oberschenkel acht sieben sechs fünf vier drei zwei letzte jawab sehr gut nimm deine zwei ein Exkürze beide Hände und losstehen unten ab und nach hinten schön nach hinten und und hoch und bleiben mit den Armen an der Kopf rühren und kurze schnelle jawohl vier drei zwei und lösen lange Bewegung nach oben und nach unten meine lieben wie füßt der stand jawohl so rechte Hand Exkurs linkes Nitzung Oberkörper mit dem rechten Ellenbogen und hoch tief jawohl strecken beugen hoch 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 acht sieben sechs fünf vier drei zwei eine noch jawohl lösen so kurz entspannen schiebe gesetzt nach hinten und vor auf die Arme Ellenbogen bleiben hinten und tief und hoch und schief noch mal vor kurz hier die Spannung halten und drück sehr gut andere Seite vier drei zwei los geht's und hoch tief noch mal hoch strecken beugen wundervoll wundervoll nur noch ab sieben sechs fünf vier drei zwei letztes mal und lösen auch hier wieder nach hinten schiebe rengesäß und kommen noch mal auf die Arme vor nach oben und hoch noch mal vor und schief noch mal vor halten halten immer noch jawohl und schief meine Lieben wir gehen in die Brückenlage sehr gut nehmen wir in die X-Kurs oder zwei in die Hände Beine sind gebeugt und schütteln in Halt zwischen die Beine Schulterblätter nach oben ziehen tief und leiden hoch tief hoch tief hoch tief hoch hoch noch wieder hoch schön die Schuze nach oben noch acht sieben sechs fünf vier drei zwei letztes mal jawohl lösen zum Abwechslung schieben wir Becken nach oben nehmen wir unser X-Fus hier an den Seiten Ellenbogen lassen wir am Oberkörper und auch hier schütteln komm wunderbar wir spülen die Vigilation in unserem Oberkörper Becken Bauch das ist wichtig und schütteln voll zu schnelle Bewegung noch acht sieben sechs fünf vier drei letzte zwei und lösen okay meine Lieben wir kommen nach oben Sitzposition schräge Haltung für Oberkörper nehmen wir unsere X-Guss immer noch an den Seiten und schütteln vier noch drei schräge Haltung nach zwei eine noch okay und an die Seite schieße beide die auf eine Seite Arme in die andere Richtung beide tippen sich in die Mitte mit der X-Guss und wechseln auf die andere Seite mit dem Hup 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 ganz schön auf die Seite bis es geht Hup 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 Vier, drei, zwei, nochmal, nochmal, okay, jetzt nimmst du den X-Kuss in eine Hand, komm nochmal in die Rücken lange, mit der anderen Hand unterstütze deinen Nacken und stecke das gleiche Bein, okay, nach oben, kennt ihr schon, am obersten Enkel vorbei, wieder stecken, die vier nicht vergessenen Arm, auch schütteln zweimal nach hinten, okay, ho, die, ho, Schultern auf, jawohl, ho, 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 wunderbar, und, ho, ho, noch mal, noch mal, Schlippen beugen, Arm genauso, nach vorne, nach hinten, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, die letzte, jawohl, Bevor wir mit der anderen Seite beginnen, nochmal, Becken nach oben schieben, nehmen die X-Kuss an den Seiten und schütteln, komm, Das haben wir schon gemacht, wir wiederholen einfach nur die Übung, schön decken oben lassen, Perfekt, Atmen nicht vergessen, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, letzte zwei, okay, meine Lieben, haben wir noch die andere Seite, genau, reinstecken, reinstecken, einstecken, mit Musik, ho, wenn euch zu schnell ist, gerne die Augebewegung klagsamer machen, ho, 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 noch, Schultern mitnehmen nach oben, jawohl, Becken nach oben, acht, ho, 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 sieben, sechs, fünf, fünf, noch mal, noch mal, Tür, drei, zwei, noch mal, ein, und, jawohl, So, einmal noch zwei, wenn ihr zwei gehabt habt, habe ich auch recht, Beine nach oben, Schulter hoch und einfach hier abwechseln, Und wenn du mal stecken, stecken, beugen, stecken, beugen, ho, 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 Einmal noch, einmal noch Beine ein bisschen mehr öffnen Und Fohr, wir gehen nach oben Nach hinten Hopp 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 Oder auch mit einem nur Wie du machst 8 7 6 5 4 3 2 Letztes Mal Und lösen Wunderbar Stücke die Beine, stücke die Arme Jawohl Bleiben noch gut so wieder Atme die Beine ein Und wieder auf Erwechslung Gleich mit den Armen nach oben Intensiver Die Spitze sind angezogen Stücke die Arme auf die Seite So, um die Schunkerblätter Auf die Mache zu lassen Und wieder Beine beugen Und schiebe die hin Zum Beispiel auf die linke Seite So, jetzt kommen wir bitte in die Mitte Und wechseln Perfekt Kommen wir nochmal in die Mitte Leicht geöffnet Ziehe beide Knie Zum Oberkörper Jawohl Hieb Und nochmal hoch Hieb Und wieder hoch Jawohl Nochmal Sehr gut Abwechslung Hübschen Hübschen Genau Und zum Spannen Wir stecken nur ein Bein Ein Nietzsche Jetzt zum Oberkörper Das gebeugte Bein Schieben wir jetzt nach oben Um hier auf unserem Hausgesteck zu halten Und leichten Fuß im Kreis Bitte bewegen Wunderbar Die gleiche Passe was oben ist Ich lege auf der Pantodie Und ziehe Seine Hau zum Oberkörper Röse die Dehnung Stellt ihr jetzt Zum Beispiel das Bein was gebeugt war Abwechslung Und hier stecken wir die Beine Und gleich den Fuß im Kreis bewegen Versuchen wir die Beine auf einmal schnüglich Ausgesteckt zu halten Nicht zu beugen Und drüben So Jetzt lassen wir die Kase Und die Beine Zum Oberkörper Und an den Teuer Und an den Teuer Und an den Teuer Und auch hier zu schauen Vorgang nach hinten. Ziehen beide Fuß fest zum Oberkörper. Und an den Päulen. Einfach fester die Beine. Gehen wir zum Haken. Löse. Wunderbar. Mit leichtem Schwung kommen Sie zum Sitzen. Stellen Sie sich der Schulterbehalt auf den Füßen. Halte Sie gerne noch ein bisschen Haltung. Unten Bleiben. Wir bleiben unten. Wir sinken sich. Langsam stecken die Beine. Und langsam rechnen wir uns auf. Bleiben wir gleich im Stand stehen. Heiße Schulter erstmal nach hinten. Leichte Bewegung auch in dem Oberkörper. So will ich die Bewegung genau. Und jetzt einfach große Kreise nach hinten drehen. Eine Beute dabei. Einschnecke. Öffne den Körper. Atme tief rein. Und wieder aus. Und nochmal nach unten. Kreise drehen bitte. Wunderbar. Aus. Aus. Ich rufe die Daumen nach oben. Höhe das oberkörper auf die Seite. Und komm auf die andere Seite. Kröse. Atme nochmal hinein. und lass dich fallen, atme aus. Letztes Mal nicht einatmen und wieder ausatmen. Ich danke euch, super, bestimmt haben wir es gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schöner Woche, gute Zeit, bis bald. Das war Kacke mit der Musik.